Heute müssen wir vor den gruseligsten großen Köpfen entkommen. Dort haben wir verschiedene Stufen und die sehen auf jeden Fall alle echt mega komisch aus. Wenn ihr glaubt, dass wir das alle schaffen können und sogar das Boss-Level besiegen können, dann lasst es auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben nahe, lasst es euch mal die 2000 Like schaffen und jetzt die Spaß mit den Videofreunden. Oh, Kassel, guck mal, hier sind irgendwelche komischen Tiere. Ich seh's grad. Oh, da hier, ja, ich seh's auch. Alter, einfach so eine Ente. Alter, das sieht krass aus. Alter, da vorne ist ein löser Gorillakopf, so mit roten Augen. Oh, du meinst hier? Lauf, lauf, Alter. Oh mein Gott, wie sieht der aus? Hey, das ganze Schild gelaufen zu dir. Oh, es gibt zwei. Oh mein Gott, Bro. Es gibt zwei. Oh mein Gott, du legst dir ab gerade. Was schaffst du, oder was? Ich bin beim Checkpoint. Gorilla, oh, 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 danke. Ich mag, ich mag Affen. Oh, ich steh hier lang, hier links, hier links. Oh Gott, ja, okay, okay. Alter, Gott sei Dank. Okay, komm, weiter. Hier, locker rechts rum. Oh Gott, hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Oh Gott. Oh Gott, ablenk, ablenk. Oh mein Gott. Oh, hier war direkt der Checkpoint, Bro. Der hat mich direkt flankiert. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich lock die zu mir, ja? Alles gut, ich lock die. Oh mein Gott, ich lock die gerade weg. Los gehen, schnell. Oh Gott, warte. Oh, ich kann nicht mehr für dich tun. Oh, ja. Alter, ich hab drei hinter mir gehabt. Drei Eierköpfe. Wie soll man das denn jetzt schaffen? Oh mein Gott. Wie ein Profi. Hey, Bro, du hast sie auf mich geschickt. Ich bin wie ein, gar nicht. Ich bin wie ein Profi rübergesprungen. Natürlich, wenn du, als du Checkpoint geschafft hattest, Digga, auf einmal, da, wie ein Profi rübergesprungen. Alter, wenn man hier runterfällt, ist das nicht gut. Ja. Hast du es geschafft, oder was? Na klar, ist das auch für Babys. Für absolute Babys hier. Ja, aber echt. Digga, wie kann man nur so drauf sein, Alter? Das ist so hardcore unkorrekt, Digga, du bist so ein 31er, Alter. Digga, das ist wirklich frech. Wie kann man nur so ein Freund sein, Digga, der so aus einem anderen. Ja, ja, ja. Was soll das? Digga, das ist wirklich frech. Das ist auch gleich mal nichts gegangen. Da geht nämlich nichts runter. Tja, okay. Alter, ein riesen Gorilla-Kopf. Ja, ich hab gewartet, bis er auf dich geht. Frißig, oder? Okay. Oh, oh. Ganz schnell jetzt hier weg. Ganz schnell jetzt hier weg. Ich hatte den richtigen... Ach, du bist hinter mir. Du bist hinter mir. Was lauerst du? Bevor dir. Hä, ich springe doch hierher zuerst. Ich kaufe dir mal einen schnellen PC. Guck, ich bin schon Stufe 2. Ich auch. Digga, das ist echt. Wee. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, direkt aufgegangen, selbst schuld. Die sind direkt bei mir. Heavy. Oh mein Gott, hier gibt es kein Checkpoint, glaube ich. Hier gibt es kein Checkpoint. Oh nein. Ja, klar gibt es hier ein Checkpoint. Aber eigentlich ist es nicht. Aber ich bin schon dabei. Das ist hier hinten. Was hier? Alter. Nee, das dritte Ding ist nicht der Checkpoint. Hä, ja, das graue Ding. Ja, klar. Wie geht das, der Checkpoint? Ja. Das war doch eben noch nicht, oder? Ja doch, eben war schon einer im Dingens. Ja, bei mir nicht. Bei mir nicht. Ja, dann bist du wohl einen falschen Weg gelaufen. Oh, aufpassen. Aus dem Weg. Oh. Ausgewicht. Du warst doch wirklich bei jedem Gorilla-Kopf lang. Wie ein Profi. Nicht so schnell, nicht so schnell. Du bist so schnell, du bist so schnell. Du bist so schnell. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich habe was am Fuß. Ey, was? Digga, wie sieht der denn aus? Das sieht aus wie der Green Maze Shake. Wer? Das ist Green Maze. Der an dir vorbei ist gerade. Green Maze. Super Held oder so, glaube ich. Ableitung. Ey, ich wusste, der geht wieder auf mich. Vorbei, vorbei. Vorbei, so. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich bin so ein Profi. Alter, ich bin so ein Profi, Alter. Ich bin ja vor dir und zwar auch noch. Aaaaaaah. Nein, ich war so einfach vor dir. So schlecht. Und ich habe den Checkpoint bekommen. Ja. Ja, wahrscheinlich glaube ich das. No. Digga. Nein. Der Bait des Jahres. Der Bait des Jahres. Nein, das darf ja nicht wahr sein. Digga, das muss ich, wenn beide darauf reingefallen sind. Unglaublich. Okay, warte. Und Stupe 3 schon. Und Stupe 3 jetzt hier rein. Oh mein Gott, Digga. Was ist das denn? Alter, ich sehe dich gar nicht mehr. Ich sehe dich auch nicht. Wo bist du? Ich habe die Ansicht von der Seite. Oh, ich sehe auch gerade. Ich bin hier bei Billy. Ich mache, ich mache. Oh. Rüberspringen. Oh mein Gott. So hoch hier. Ey, ich bin runtergefallen. Dreck vom Checkpoint. Ich schaffe gut gerade. Okay, Checkpoint eingesammelt. So. Ich bin direkt vom Checkpoint runtergefallen. Ja, ich ziehe gerade gut durch. Oh mein Gott, hier der Gorilla. Komm mal ab hier. Wieder den nächsten Checkpoint. Zack, so schnell geht das. Wie ein Profi laufe ich hier durch. So, jetzt Checkpoint. Digga, ich habe mich einmal runtergefallen, Alter. Nennt mich einfach Hobby King. 2D-Obby King. Super Mario-Obby King. Aus dem Weg jetzt hier, Gorilla. Oh, wie geht es hier? Wo geht es hier? Oh mein Gott, das war... Okay, ja, ja. Ich sehe, wo es hin will. Oh mein Gott, Digga, ja. Das schaffst du niemals, da den Sprung. Ja, klar, Alter. Das schaffst du niemals. Klar. Guck mal, den nächsten Checkpoint. Ey, hier wieder zurück, oder was? Nein, oh mein Gott, da musst du einfach... Hä? Das ist so ein Bait. Das ist so ein Bait. Einfach einfach. Dann warte mal, bis der grüne Pfeil kommt. Und dann macht viel Spaß, ob du es schaffst. Oh, Checkpoint. Ja, ja, ich habe es geschafft. Mit der grüne Pfeil? Ja. Krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist also knapp gerade. Ja, Mann. Wow. Wow. So, Checkpoint. Der Würfel dreht sich. Ja, der Würfel dreht sich auch in die andere Seite. Ja, ich sehe es gerade. Und nochmal... Oh mein Gott, mit dem Gorilla-Kopf drauf. Ja, und ich habe es überlebt. Ja, und da geht es rein. In die Stufe Nummer 4. Weiter geht es hier? Jetzt hier nach oben? Ja. Wow. Wow. Krass, okay. Ich wusste, dass ein Gorilla kommt. Oh Gott, pass auf. Und noch einer. Ey, jetzt hast du ihn direkt vor das Ziel gelockt. Tja. Komm doch, Gorilla-Kopf, komm doch, Gorilla-Kopf. So, Zeig nach oben hier. Okay, hier muss man ganz vor sich lang laufen. Oh mein Gott. Mit ganz viel Skill und so. Oh mein Gott, ich sehe es gerade schon. Alter. Alter, ich bin so gut gerade. Ich kann doch nicht aufhören. Ich bin gerade so gut. Ey, was? Das ist krass am Start gerade. Was ist denn das so ein blödes Jump-Head? Oh mein Gott. Das funktioniert nicht, wenn man direkt raus springt. Natürlich, das genau funktioniert bei mir. Nein, wenn du direkt drauf landest, dann nicht. Man darf halt darauf nicht springen. Man muss einfach nur rüberlaufen. Ne, wenn du direkt drauf landest, dann ist es nützlich. Oh mein Gott, Digga. Nächste Checkpoint. Ach, wie ist es jetzt? Okay, so. Ja, jetzt macht viel Spaß. Easy. Hä? Was für viel Spaß? Digga, auf einmal. Digga, guck, hatte ich gesprungen bei mir. Ja, siehst du, das meinst du, dass ich direkt drauf landen. Das meine ich ja. Ah, okay. Ja, hört er mir nicht mehr zu. Jetzt warte doch mal kurz eine Sekunde auf mich. Nö, ich schaff's jetzt. Das ist ja auch nicht gewartet. Run, Kuchen. Oh, ich hab die ganze Zeit gewartet. So. Zack. Oh mein Gott, mich hat fast der Gorilla-Kopf bekommen. Ich wusste, dass hier auch ein Gorilla wartet wieder. Und da doch locker auch, oder? Ey, guck mal, wie ein junger Gott, der sich durchgerannt. Alter, ich auch. Ich seh dich da ganz hinten, Alter. Sieh mal zu, dass du ein bisschen wartest auf mich. Nee. Oh mein Gott, Digga, auf einmal kam der Gorilla-Kopf da. Aus dem Nichts. Nee. Ah. Ah. Oh mein Gott, war's knapp. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich bin hier schon hinten. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so kurz durchgezogen gerade. Stufe Nummer 5. Ich komm so. Nein, dieser komische Winkel von diesem Teil. Ey, das war schwierig. Ja, und so war immer ganz mein Winkel. So richtig schlecht. Oh mein Gott, Digga. Okay, easy. Stufe Nummer 5. Los geht's. Stufe Nummer 5 jetzt hier. Oh mein Gott, war das schnell. Wow. Speed run. Oh. Ich erinnere mich ein bisschen an Temple Run. Kennst du das noch von früher? Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Wie ist es nicht mehr draufgegangen? Oh mein Gott. Digga, du musst doch schon ein bisschen verfrüht springen, habe ich das Gefühl. Natürlich. Oh mein Gott. Nein. Nein. No, ich bin draufgegangen. So kurz vorm Ende, Bro. Alter. Was ist hier doch passiert? Das schaffst du niemals. Jetzt kann ich erst mal drei Jahre warten auf dich. Temple Run, ich komme. Alter. Hier ist das Boss Level. Nein. Das ist so schwer da hinten, oder was? Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Hä? Er schafft. Zweifel Babys. Zweifel Babys. Sehr gut. Guck mal. Easy. Und rein ins Boss Level. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können gegen den... Wir müssen dich zerstören. Oh mein Gott. Guck mal, der hat kaum noch Leben. Runter. Oh mein Gott. Auf diesen Laser Pad. Nein, du darfst nicht die Lava berühren. Oh mein Gott. Oh. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Da hast du aber das Laser Pad drauf. Alter, es ist noch hinter mir. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. 13 AP nur noch. 10. Racken, Vorsicht. Oh mein Gott. 4, 1. Jawohl. Bissi. Wir haben das absolute Boss, der wir geschafft und ein Boss-Abzeichen verdient. Sehr gut. Ey, Kaspar. Oh mein Gott, guck mal. Ich sehe es, ich sehe es. Hier sind riesen Köpfe. Ja, von Hagiwagi oder so, oder? Ja, ja, und das Ding ist, du bist jetzt heute, wir haben das alles zu überleben. Und wir sind jetzt schon mal von riesen Köpfen entkommen, weil es war nicht Hagiwagi. Stimmt, stimmt. Hey, pass auf, der ist direkt da. Oh mein Gott. Der ist direkt der Mund. Oh Gott, wie gruselig der aussieht. Der beißt sich mit einem Bissen weg. Das Ding ist, das haben wir schon mal mit Philippe gemacht. Kannst du dich da rein erinnern? Oh ja, 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 das war auch ganz, ganz gruselig. Oh, komm, ich laufe einfach. Oh mein Gott, bist du lebensmüde? Er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Okay. Oh nein. Oh Gott. So, warte, jetzt ist auch noch ein Label. Oh, lauf. Nein. Du hast es geholt. Warte mal. Oh mein Gott. Ich warte auf dich. Ich warte, die umzingeln mich. Ich bin hier auf so einem Ball. Oh mein Gott. Okay, okay. Das ist mega schwer anscheinend. Alter, das war ja voll clever von mir gerade. Ich laufe hier mal lang. Okay, ich warte auf dich hier. Weil das Ding ist, ich konnte jetzt gerade irgendwie entkommen. Oh Gott, oh Gott. Okay, du konntest entkommen. Ja, ich war auf so einem großen Ball und ich konnte direkt von dem großen Ball auf die Mauer springen. Oh, oh Gott. Ich seh dich. Ich hab's bekommen. Ja, lauf. Ich bin hier. Okay, hinter dir. Wo bist du? Hinter dir. Wo bist du? Hier oben. Siehst du mich hier oben? Ja, ich seh dich. Ich versuch. Ich versuch. Ja. Oh mein Gott. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt hier hin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo einen Checkpoint bekommen. Das ist die Frage. Da oben. Da hinten kriegen wir einen Checkpoint erst. Was? Alter, was? Oh mein Gott. Okay, okay. Ja, die können wir nicht rauf. Dann, ich würde sagen, gehen wir hier weiter. Ja, safe, safe. Sieht gut aus. Oh nein. Oh Gott. Hier rauf und jetzt am besten hier rauf und jetzt zack. Auf die Klamide und jetzt springen wir rauf. Aufs Checkpoint. Ja. Nein. Hä? Nein. Das ist kaputt. Oh ja. Ja, es ging. Du musst es. Ja gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir in die zweite Stage. Level Nummer zwei. Alter, das war schon mega schwer. Das war gerade bei der 1. Man könnte auch sogar Poppy werden. Siehst du das hier? Oh mein Gott, wie cool. Hä? Das ist ja voll cool. Okay, komm, wir gehen weiter. Okay, siehst du, es gibt neun Stages hier. Wir sehen jetzt gerade Stage zwei. Okay, okay, okay. Ich habe ein gutes Gefühl hier. Poppy Hats. Ich sehe die da schon wieder. Ich laufe mal hinter die. Oh, ich sehe die auch gerade. Oh Gott, jetzt hier lang jetzt hier. Hey, da steht auf Poppy drauf. Das ist ein Spieler, glaube ich. Oh mein Gott. Pass auf. Ich glaube, das sind vielleicht auch alle Spieler. Nein, das ist falsch. Oh, das ist großartig, ne? Wo laufen wir lang? Das ist Sackgasse. Oh nein. Hier, hier müssen wir. Ja, stimmt, stimmt. Nein, pass auf. Und jetzt hier lang. Oh Gott, ja, ja, hier lang. Ja, ja, ja. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, ich bleibe ich ihn aus. Oh Gott. Oh jetzt lang? Oh Gott. Oh jetzt lang? Ey, das ist super spät im Weg. Jetzt. Ah. Alter, das war mega knapp. Ey, jetzt ist er hinter dir her. Ne, jetzt ist er hinter ihr her. Schnell. Lauf, 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 lauf. Okay, jetzt genug klettern. Oh mein Gott, das facken ab. Okay, ich bin jetzt auf der zweiten Etage. Oh, das ist ja ganz offen. Ich glaube, wir müssen außen. Das ist, glaube ich, der Trick hier. Glaube ich auch, glaube ich auch hier lang oder was? Oh nein. Ja. Nein, der kommt, der kommt, der kommt, der. Oh verdammt, der ist. Oh mein Gott, der ist so fackt er mich. Ich lauf durch. Nein. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Okay, warte mal. Ich muss jetzt hier. Oh Gott, der hat wirklich nicht gefallen. Bin ich hier richtig noch? Ja. Ja, Kaspar. Nein, wo bist du? Nein, nicht hier rein, nicht hier rein. Ich weiß, ich weiß, er wartet da. Oh Gott. Ausgetrickst, ausgetrickst. Nein. Oh mein Gott, war's knapp. Alter, ich hab's gerade gesehen. Oh Gott, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Okay, sehr gut. Weiter, alles gut. Aufpassen. Ich glaube, wir sind jetzt... Oh nein, das ist einer links von uns, glaube ich. Ich glaube, da war's auch nicht. Hier, hier, hier ist der Schinale. Nein. Nein. Okay, wir müssen den kurz weglocken. Lock ihn weg, lock ihn weg. Hier, komm her. Oh mein Gott, komm her, Hagi. Hagi. Ich hab's. Oh mein Gott. Oh, Alter, gut, dass wir beide gut klettern können, ne? Was? Nicht fallen. Nein. Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Das war gerade so knapp, ich hab's gesehen, ne? Okay, dann rein in die nächste Stage. Jetzt auf einmal, Alter, ich hatte volles Problem hier gerade. Ich merke das schon jetzt, hier, Level 3 von 9. Was ist das hier? Ist das Squid Game? Äh, gute Frage. Oh Gott, nein, es ist aber anders und gruselig. Oh, ist das schwieriger. Guck mal, die Sachen, die Lücken sind hier enger und sowas. Hier lang, ich hab ein gutes Gefühl hier. Nein, und jetzt müssen wir links rum, ne? Ich hab hier ein ganz gutes Gefühl. Ich auch. Ja, da kann man sich auch mal täuschen, ne? Ist halt so, wie es ist. Komm, wir gehen hier lang. Ich würd sagen, guck mal, die locken den weg, die locken den weg. Jetzt rauf! Oh, lauf! Okay, wir müssen einfach ineinander so laufen. Oh Gott, oh Gott, lauf, 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 lauf. Oh, nein! Nein, ich hab mich gehoffelt, Kasper. Nein, Broxel. Ey, respawn kostet ja Geld. Oh mein Gott, ich bin ja hier. Komm her, komm her. Ich sag dir, es war richtig schwer hier grad. Warte mal, die wird jetzt erwischt. Die wird jetzt erwischt, glaub ich. Ja, die wurde erwischt. Und durch. Und durch. Oh mein Gott. Nein. Sackgasse. Nein. Verdammt, da ist doch ein. Nein, verdammt. Das war nicht richtig. Wir müssen hier links durch, hier links durch. Hä? Hä, links durch? Lock ihn mal hier rüber, lock ihn mal hier rüber. Oh mein Gott, hier steht ein Hagi. Hier stehen drei Stimmen. Nein, wir müssen hier lang. Ich guck gerade über die Ecke rüber irgendwie. Oh mein Gott, wie viele stehen da denn? Okay, wir müssen, pass auf, wir müssen jetzt hier rechts rum. Hier ist so ein kleiner Hagi. Wo? Ich hab den Weg, ich hab den Weg. Ehrlich? Ja, hier lang, komm mit, komm mit. Hier und jetzt hier rum. Und hier ist jetzt der kleine Hagi, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Und nachdem müssen wir vorbei. Ja, ich hab's, okay. Bist du sicher? Ja, und jetzt müssen wir hier nach ganzem links gehen. Oder nicht? Oh, noch ein kleinerer Hagi. Jetzt rum, jetzt rum. Oder? Ja, jetzt rum. Ey, die Eier hat das gar nicht gesehen. Oh mein Gott, da hinten. Ja! Wer ist denn die? Was ist das? Das ist Squid Game. Oh, es ist ne Poppy Playtime. Das ist das Ende. Ja? Wenn wir durchgehen. Hier durch. Oh, ja, du hast recht gehabt. Alter, ich hab das gelohnt. Dann wird ein Teilwege nehmen können. Guck mal. Stimmt, stimmt, stimmt. Gibt es drei sogar da hinten? Wie war noch ein ganz kleiner. Oha, okay. Gut, dann gehen wir mal gucken. Gehen wir mal rein ins Level 4. Okay, das ist echt Nummer 4 haben wir schon. Sehr gut. Oh, was ist das? Oh, jetzt sind wir hier in dieser Fabrik, ne? Stimmt, stimmt. Okay, warte mal. Hagi, wagi. Sind die hier? Oh Gott. Wie runter? Ja. Okay. Wow. Okay, jetzt sind wir da. Wie geht's los? In der Kanalisation. Oh mein Gott, der Hagi hängt da fest. Ist so. Schnell rüber. Nein, der hängt nicht fest. Hier rein. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab's hier. Wie? Hä? Nee, hier ist ne Sackgasse. Hier ist ne Sackgasse. Oh nein. Wir hätten reingemusst bei dir. Ja, ja, okay. Das ist jetzt irgendwie ein Labyrinth oder sowas. Ich sag, es geht hier lang. Oh mein Gott. Alter. Hier ist Hagi direkt. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hagi auch. Oh nein. Mendo, Hagi, hau ab. Wir müssen den weglocken oder so. Warte mal, die versucht jetzt hier. Geht die drauf? Okay, ich bin rausgelaufen. Hörst du's? Ich bin rausgelaufen. Ich auch. Auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Hier lang? Ich glaub hier lang. Wo lang? Ja. Oder? Ja. Ja, ich glaub hier. Ja, ich lass die gut aus. Ja. Ja, oh mein Gott. Hier ist ein Geheimweg. Als ob. Oh mein Gott. Oha. Oh mein Gott. Okay, das war sehr wichtig, Kasper. Hier ist eine Leiter. Guck mal. Alter. Ich hab das Organ. Das riecht sogar. Alter. Jetzt gehen wir durch, genau so, ne? Oh. Oh nein. Die richtige Tür. Oh mein Gott. Ähm. Was ist die hier? Ganz vorne. Sag ich auch. Oh, bitte. Ah, lauf zurück. Zurück. Da war ein Hagi. Was ist mit der hier? Ja. Nein, da steht Danger. Aber das ist ein gutes Zeichen, oder nicht? Na. Ah, nein. Weißt du nicht, dass es nicht geht? Da kommt Hagi. Okay. Oh Gott, nein. Zurück, zurück, zurück. Dann hier vielleicht. Okay, wir müssen weiter gucken. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ich bin direkt hinter dir, Kaspar. Oh Gott, ich glaub hier rum, da hinten rechts hier. Ja, ich lauf auch schon rechts rum. Oh, pass auf, hier sind Spikes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber. Ja. Oh. Okay, haben wir, haben wir. Okay, lauf straight durch. In der Mitte, in der Mitte. Die Wand ist durchsichtig. Nein, das ist nicht. Oh, verdammt, da bist du nochmal. Oh Gott. Oh, 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 oh. Jetzt vorbei, jetzt vorbei. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr, habt ihr, habt ihr alles. Nein, auch nicht. Locken wir es mal links. Nein. Oh Gott, oh Gott, nein. Nein, immer folgt es mich. Oh. Los, lauf. Er kommt, er kommt, lauf. Ja, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Ich seh das schon. Ihr bei den Spikes lang. Okay, okay. Seid vorsichtig mit den Spikes. Oh, und zack. Und zack. Oh mein Gott. Und zack. Wow, pass auf. Alter, das war gerade so knapp bei dir. Das war so knapp bei dir. Ich hab's gerade gesehen. Alter, ich hab mich so schocken gerade. Ey, da sind auch richtig diese, guck dir das mal an. Ja, so richtig drehbare. Der ist draufgegangen, der Arme. Oh mein Gott, der hat sich geschafft. Was? Okay, hier musst du vorsichtig vorbeilaufen. Die drehen sich, die drehen sich. Du musst warten, bis die anhalten kurz. Okay, warte. Ich respawn mich mal ganz kurz. Nein, ich bin auch. Ja, das ist voll cool. Ich bin jetzt mal respawned. Warum bin ich denn jetzt mal draufgegangen? Weiß ich auch nicht genau die. Hä? Oder muss man da gar nicht lang? Doch, ich bin jetzt vorbeigegangen. Hä? Stimmt, ich auch einfach mit dem... Keine Ahnung, warum das gerade so war. Keine Ahnung. Okay, was ist hier? Gehen wir jetzt zurück? Hier lang! Hier lang! Ach so. Und... Nein, Haki, verfolgt mich. Haki, verfolgt mich. Okay. Oh Gott, hier ist der Ausgang. Ja! Oh mein Gott. Ja! Okay, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Durch die Bambustore wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Safe, safe, safe. Und... Ja, wow! Oh mein Gott, ein Monster, Haki. Alter, der sah voll entschnellt aus. Okay, Stage Nummer 6. Und wir denn jetzt hier, sag mal... Ey, was denn? So Geister-Town oder sowas, ne? Ist das hier bei Mario, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, da musst du aufpassen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Dass uns die Geister nicht berühren. Aber der Boden leuchtet doch nur, oder? Ja, der Boden, das ist nix. Geht ja gar nix, sag mal. So, warte, jetzt müssen wir hier nur diese... Oh mein Gott, guck mal diesen riesen Parcours an. Oh mein Gott, die Huggys. Oh mein Gott, die Huggys. Lauf durch! Lauf durch! Oh nein, verdammt, da... Ich springe irgendwie rüber, oder sowas, über die Steine. Okay, die hab ich, hab ich, hab ich. Weiter geht's hier, jetzt hier rauf. Oh nein, pass auf, die kommen von rechts und links. Die Huggys, die Huggys, die Huggys. Von rechts und links. Ab, die blöden Huggys! Kommt auf, hinter die Hälfte dir, Alter. So, jetzt hier, die... Ey, die kommen einfach so aus dem Boden, aus dem Nichts, pass auf. Oh Gott, warte, warte, warte. Okay, und hier waren die auch noch. Und zack, haben wir auch. So, und die haben wir auch noch, easy. Ja, alles. Oh, die hab ich eigentlich gesehen. Ja, ja, die kommen einfach so aus dem Nichts, die sag's dir. Ich springe das schon, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin schnell als Swaggy. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Lauf, auf, 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 auf. Aber gut, alles gut, alles gut. Okay, 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 jetzt wirst du nur diesen roten Kopf. Nichts drücken. Oh Gott. Nein! Was machst du denn? Was musste man denn da machen? Ja, den Nichts drücken, das ist eine Mine. So, okay. So, ich hab jetzt gar nicht gesehen, dass da ein Knopf ist. Vorsichtig, vorsichtig vorbeilaufen. So, ein Checkpoint. Also, das ist ein Checkpoint, glaub ich, ne? Oh, das ist so ein Fake Checkpoint. Ey, bei mir stehst du in der Luft, wo bist du? Hilfe, Hilfe. Hä? Bei mir stehst du in der Luft? Nein, ich bin hier. Wo bist du? Vor dir. Ey, bei mir laufen alle auf deiner Stelle rum. Wieso denn? Das ist auch nicht egal, ich lauf zum Ende jetzt, okay? Jetzt laufst du auf einer Stelle. Oh nein, das hat sich auch bei mir. Aha! Nein! Ja, ich werde das Ding gewinnen. Oh, mach mal. Nein, ich schaff's noch. Ich will den Paku noch zu Ende machen. Hier, komm schon. Hier drauf. So, vorsichtig. Ja, ja, okay. Oh. Ja. Oh Gott, oh Gott, ja. Okay, okay, ich bin rübergekommen. Wo bist du denn jetzt? In der Lava. Bist du schon bei der Lava? Ich bin gerade bei der Lava, ja. Okay, ich auch. Ich versuch's jetzt hier rüber zu kommen. Und. Das schaffst du eh nicht. Okay, pass auf. Ich werde jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. So, pass auf. Und, und, und. Hier und rüber. Ja, ich, Mann, ich wurde da reingeschubst. Ja, weil du so schlecht bist, sag mal. Gar nicht, okay. Aber ich schaff's einfach. Ich schaff's. Ich respawn mich jetzt. Nein, ich bin wieder hier. Och, nö. Ey, da respawn ich mich. Ich bin wieder vor der Lava. Ja, dann mach die kurz. Ey, ich bin jetzt halt draufgegangen. Nö, das war's. Martin, rock so, ey. Dann muss ich's halt alleine machen hier, sag mal. Das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt's gefallen. Das ist gerne ein Like und ein Abo da. Wenn's so ist, schreibt auf jeden Fall gerne die bei mir aus. Und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.